Es wurde demonstriert vor dem Axel Springer Haus in Berlin. Bessere Arbeitsbedingungen, mehr Geld und einen Tarifvertrag für die Arbeitnehmer bei Amazon, forderten die Demonstranten. Währenddessen wurde Jeff Bezos, mittlerweile der reichste Mann der Welt, mit dem Axel Springer Award für sein visionäres Unternehmertum ausgezeichnet. Bezos posierte mit Ehefrau McKenzie neben Friede Springer und Matthias Döpfner für die Fotografen. Prominente kamen auch, zum Beispiel Toni Garn, Iris Berben oder Marius Müller-Westernhagen. Sagen wollten sie leider nichts über Jeff Bezos, den Amazon-Gründer und Visionär. Einzig Sänger Max Rabe erzählte, was ihn an Jeff Bezos fasziniert. Ich bin hier, weil er der Herausgeber der Washington Post ist. Und ich bin hier, weil ich seine Haltung gegenüber Donald Trump sehr unterstütze. Die Erforschung des Weltraums hat sich Jeff Bezos als nächstes auf die Fahnen geschrieben. Die Amazon-Mitarbeiter hoffen in das Weiter auf ihren Tarifvertrag.